Alarm! Aufgrund eines Fehlers, er hat das mit der Drachenruhenlanze, die ist deaktiviert. Was für eine Drachenruhenlanze? Die du im Battle Pass kriegst, diese Lanze, mit der du abbauen kannst. Wenn du die ausgerüstet hast, hört keiner deine Schritte und das wird auch nicht angezeigt. Normalerweise hast du doch dann immer diesen Sichelmond, wo er lang rennt und das ist, wenn du die Lanze ausgerüstet hast, ist das nicht sichtbar. Deswegen haben sie die vorerst deaktiviert. Denk mal, die wird dann Donnerstag mit dem nächsten Update gefixt sein. Ich weiß ja nicht, wann die Folge hier kommt. Bis dahin wird es definitiv gefixt sein. Gehen? mit zählen und dago naja besser als das was bei mir angezeigt wird ist auch komisch dass immer andere zahlen angezeigt werden erst mal 55 gesammelt das kannst du halt auch ganz easy ausnutzen du wartest bis die runde startet danksten bus fahrer verlässt dann werte und bus sitzt die runde startet die nächste ja gut aber bin ich zu faul für ja den krieg ich auch so voll dann mach ich lieber den kopfschussglitsch ich lande wieder öfter im so hab ich bis jetzt immer glück gehabt ich weiß noch wo ich mit meinen kindern gespielt habe ich weiß gar nicht ob du da auch mit in der runde warst wir sind auch am ende damit rausgesprungen und dann stand dann auf immer zwei afk rum und ein dritter der um die rum getanzt ist ich habe alle drei geholt nee da war ich nicht mal oh das war voll chillig ich werde nie wieder sagen dass du auf dieser insel mal hat man pech mal hat man glück blaue pistol grüne ein zweischuss pump ja grünes hammer grüne einschuss pump und grünes dmr jetzt der hammer geht ja noch der hammer finde ich die schlimmste waffe wenn du nicht dauerhaft spams dann ist die schon voll chillig guck mal was das angeln bringt woher müssen wir eigentlich nicht leute einfach nur ein fisch noch ein fisch den gönne ich mir dann gleich noch mal der gleiche fisch auch drei sogar noch mal ein fisch aber leider keine blaue angeln bist du wieder eine graue oh 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 blaue mp jetzt hab ich sie frei geholt fisch bevor ich mit dieser hessischen schrotze schieße dann nehme ich mir dann lieber die mp ey daco du kannst im übrigen auch einfach so im wasser angeln da hast du glück dass du munition und wenn du richtig glück hast auch waffen kriegst du ja ich weiß ich weiß nicht sogar aber hier gibt es genügend fische gab es genügend fische gab es genügend fische auch laues dmr das nehme ich gerne wieso guck ich überhaupt noch nach irgendwas rum ist ja eh schon alles gelootet der lootmeister war wieder am werk ich liebe es ich nehme mir pump die die ich sehe das so das so 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 wo kann man das runter? Bäh, Funtagen. Doku haben nix. ich hab halt nur rotz bis jetzt, das ist doch nicht mehr normal sag mal wo bist du denn überhaupt, alter bist du halt weg so, nur groß das ist sogar bei mir, nek Rasenwolf, gucken ob ich den holen kann. Komm mal her, Rufi. Oh, meiner. Oh, epische Piste, mit einer lila Sniper-Dings-Jahr. Geballert. Was? Bei dir wird oder wurde geballert. Ja, mich hat ein Wolf angekriegt. Ne, los da. Ich kann es leider nicht mitnehmen. Ich bin hier. Gut. Hast du da eine Ausgleich-Waffe für mich? Grüne 2-Schuss-Bump oder grüne MP mehr habe ich nicht. Blaue MP und grüne 8-Schuss-Automatische Schrotflinte. Kannst du das dann mitnehmen? Ne, ich habe dreimal Heilzeug für Schild. Warte dann plötzlich Schild hier. 2 Fische und 4 Saufpicks. Wurde abgeswappert? Ich habe es gehört. Da oben im Haus. Ich kann halt, ey, der schießt da halb durch den Berg durch hier. So. Der schießt immer noch da halb durch den ersten Stand. Ja, pass auf, die One-Hitten dich, die Steine. Ich kann nicht mitmachen, geht nicht. 120er-Hit. Warum hast du die Sniper und die DMR? Ich habe eine DMR noch, ja. Reicht ja nicht eh eine Sniper aus? Ne, die DMR ist meine Hauptwaffe. Also so wie die AUG oder sonst irgendwas. Oh, ein Arsch, Alter. Der Sniper ist nur Zeitvertreib. Der hat sich übrigens geheilt. Ja, der steht dort oben. Ist weg. Jo, war Kopfgeld. Der hat sich nicht gehabt. Ne, doch nicht. Leut. Einfach nur eine ordentliche Waffe haben, mit der ich auf das Stand schießen kann. Okay, mal dass ich wirklich hier in die anbieten kann, mit der eine braue Waffe. Hier kannst du gerne haben. Na blaue, aber... Ich will hier gerade die Kiste öffnen. Ich versuch sie runter zu schmeißen. Ah, liegt oben. Ja, da lass ich dann eben mein Schild hier und meine blaue MP. Ich hab nämlich gerade noch einen Ranger-Storm. Und hier oben ist ein Riss, theoretisch. Ich nehm ihn nicht mit. Ja, ich auch nicht. Ähm... Ja komm, ich lass den... Ich lass die Tollquach hier. So. Oh, die Zone kommt. Und wir müssen... Komm mal her, Wuffi. Wo ist meine eigentlich? Da kommt er. So, schrotze immer in die Mitte. Da ist noch ne Kiste. Gönnchen. Das wäre epische, oder? Weiß ich nicht. Ne, das ist nur ein normaler. Aus Pelz. Ah, Kuhnepe! Es sieht so aus, als ob hier so eine Flanke ist, als ob hier so eine Flanke ist. Ach, Darko, ich gebe dir einen Tipp, spring nur im Notfall vom Wolf ab, weil die verraten dich. Dadurch, dass die um dich herumrennen die ganze Zeit und wenn da einer hinguckt, der sieht dann auch, da ist einer. Ja, ich werde aber immer vom Wolf irgendwie weggessen, aber das kann ich gar nicht. Und abgesehen davon, der wird ja, der geht ja dann theoretisch auch auf den Gegner drauf. Scheiße. Mein Berater ist erschöpft. Und ich hab's. Da wird einer wieder geholt. Da musst du natürlich jetzt durch die Aktion richtig verraten. Ach, das ist hier vorne gleich. Ja. Sind da und da haben wir einen Stein. 120er Hit. Mein Schild ist aber aufweckt. Wurde richtig weggesnuppelt. Höig ist er. Um zu springen, du Hampelmann. Okay. Die haben eine gute Schneider, wenn sie den Stein wegballern können. wir haben es ja 150 damit schon gefördert also mindestens lila rennt da hinten weg die werden sich da verschanzen wahrscheinlich im gras wir müssen da lang sind ja eh nicht ins haus gerannt ich bin halt für eine gute sniper one shot ich hab kein schild hier drinnen ist ein biggie ohne kommt was auf hier wäre da noch ein biggie kann ich gar nicht nehmen so springen der zone da oben vorsicht da am gebüsch ich hab mal gar nichts getroffen nehm biggie high-end spray hast du nicht oder? ich hab mal einen zweck fallen lassen da! 50er hit wieder einen hit ich bin getroffen da oben 8% fail komm jetzt mal weg da noch mal zu mir müssen wir halt auch wieder weg wegen der scheißzone ach du wollte ich grad aufnehmen ach schuldiger alles gut dann nehm ich high spray nimm du die biggies ich bin grad voll ah ok jetzt hab ich wieder am platz frei ne achso jetzt hab ich high spray da gelassen hab's sechs leute leben noch war's hoffentlich dass die hinter uns kommen ja ich schauke oder? nur risk nur fahren würde ich sagen jetzt hab ich nicht mehr scheiße da das sind aber die anderen glaub ich ja ich seh dort oben einen der ist hier da springt er der kleinste spieler hat 50er hit hier oben der ist hier hat kein schild mehr ah nice alter der hat was goldens gehabt ne doch hat du mich halen mit dem oder uns halen mit dem heilspray du brauchst du erstmal ok da drinne liegt im übrigen noch einmal heilspray geh rein und hol dir das heilspray ich hab übrigens auf die geballert die sehen und wissen ungefähr wo wir sind krieg kommen ja ich hab fix mit wow ich konnte gar nicht so schnell auf die wappe wechseln hab ein zweiter gg naja immerhin besser als dritter der 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 Vielen Dank.